Vor fünf Jahren dachte ich, ich hätte dich für immer verloren. Kein Fluch könnte mich je von dir trennen. Willst du mich heiraten? Ja. Herrin! Es gibt ein paar Neuigkeiten. Nein. Verdirb mir nicht meinen Morgen. Philipp hat um meine Hand angehalten. Nein. Ich habe nicht gefragt. Ich auch nicht. Die Liebe geht nicht immer gut aus, Monsterchen. Vertrau mir, lass uns beweisen, dass du dich irrt. Es ist wirklich bewundernswert, wie ihr dieses Kind gegen eure Natur großgezogen habt. Aber nun wird sie endlich die Liebe einer richtigen Mutter erfahren. Ab heute betrachte ich Aurora als mein Eigen. Es gibt kein Bündnis und es wird keine Hochzeit geben. Was hast du getan? Wir gehen jetzt nach Hause. Aurora! Maleficent ist eine Bedrohung für uns alle. Wir werden alles tun, um dich zu beschützen. Wen haben wir denn da? Man kann nie vorsichtig genug sein. Mutter! So bist du nicht. Dann kennst du mich nicht. Maleficent, Mächte der Finsternis. Was ist passiert? Da war noch eine Kreatur. Jahrelang hast du für einen Menschen gesorgt. Nun ist es an der Zeit, für deinesgleichen zu sorgen.